Was ich gedacht habe, muss keiner wissen. Oh, ich muss deiner Frau helfen. Und mein Zentrum schlafen aus. Hala, der Scheißstuhl quietscht inzwischen auch schon wieder. Irgendwie glaube ich, dass dein Sohn keinen Bock auf dich hat. Verstehe ich gar nicht. Verbietest du dem Internet? Gibst ihm das erst, wenn der 22 wird. Der ist traurig, kann es sein. Vor allem so 50 Prozent. Oh mein Gott. Was passiert bei dir? Ich muss das Motorrad anwerfen. Gut, Auslösungsmechaniker habe ich bekommen. Kannst du jetzt damit wegfahren? Ich glaube nicht. Aber was soll ich machen? Ich kann halten. Kannst du auch meinen Schwanz halten? Ne, danke. Was ist das jetzt? Ich weiß nicht. Ich kann nochmal anwerfen. Okay. Soll ich mit dir kommen? Ja, mach mal. Ich guck mal. Ne, geht nicht. Komm mal, buddy. Komm mal. Oh, Korb. Shit, der hat dich geroastet. Dann gucke ich mich mal in eurer Bude um, ne? Oh, Mann. Oh, ein bisschen Marihuana. Ein paar Bilder. Er scheint ein toller Junge zu sein. So was wie dein nächstes Picasso. Ja, was soll ich jetzt machen, so? Ey, du hast den Ventilator ausgemacht. Ich hab den dann gemacht vorher. Gut. Okay. Diese Spiele sind sehr handwerklastig, hab ich festgestellt. Da ist er doch. Ey, ich wollte gerade Dart spielen. Mann. Das ist ein Schiss. So eine hässliche Wohngegend. Ich liebe dich, buddy. Ich liebe dich so viel. Willst du ein bisschen Basketball spielen? Nein. Sicher. Nein, ich hab den eben weggekickt. Das sagt er nur, weil er eben den Basketball weggedreht hat. Du bist bereit, zu verlieren, Junge. Ich werde gewinnen. Oh, du weißt, ich werde gewinnen. Hey, woher? Ach, Entwickler. Ich glaube echt, das ist jetzt ein Minigame, oder? Scheiße, ich bin gerade am Essen. Was war das für ein Wurf? Vor allem, wir können dieses Kind einfach jetzt trollen. Oh, lol. Was ist denn das denn? Ich wollte dir den Ball passen. Oh. Schau ihn. Jetzt pass auf. Huh. Hä, was ist denn der Sinn? Was ist das für ein Minigame? Es scheint es gut, wie du den Ball im Land rissst. Hä? Oh mein Gott. Der hat zu dir geworfen, du Dummkopf. Hier und jetzt. Bam. Oh, gedankt. Kobi. Kobi. Irgendwas mache ich noch falsch. Siehst du bei dir denn irgendwelche Symbole? Nee. Werf es so eben, bist du denn? Schade, ich wollte das Kind abwerfen. Vielleicht muss der ja einen Korb werfen. Da, er probiert's. Du schaffst das. Ähm, bei mir läuft er einfach nur gegen die Wand. Okay. Der wird mal ein Homo. Du denkst? Ja. Du solltest ein Pro sein. Oh, wirklich? Ich werde gleich wieder. Ja, okay. Unsere natürlichen Talent. Du bist viel besser als wir zwei. Hey, schön. Hey. Oh, mein Hany. Nein, du musst es anders betonen. Oh, mein Hany. Ja, ich weiß. Ich bin einfach froh, dass du ihn wieder schreitst. Ja, ich auch. Komm schon, wir sprechen. Ich finde nicht gut, dass du die ganze Zeit... Oh, mein Gott. Was passiert jetzt? Mach ich gleich das gleiche wie die beiden? In dem Wohnwagen? Ich weiß es nicht. Wir gehen in das erotische Auto. Ah, der war fast drin. Sag ich auch immer, wenn ich im Bett sitze. Oh, der war drin. Dreier. Es war ein Dreier. Alter, wir könnten den Dreier machen, wenn ihr jetzt mitkommt. Okay. Bam. Oh, der war drin. Kobe. Warum muss ich mit deinem dreckigen Sohn spielen, der nicht mal allein den Korb machen kann? Ah, ja, weil ich noch mit meiner Mulle ficken muss. Und Duncan. Hol den Ball, kleiner Mann. Guck mal, wie der läuft. Guck dir den Arsch an. Jetzt wird es sexy. Nein, Kobe. Ich weiß es nicht, aber ich will was von deinem Arschloch. Hast du ihn seitdem gesehen? Ja. Er arbeitet an diesem neuen Konstruktion-Site in der Stadt. Okay, gut. Ich brauche dich, um das Land zu verlassen, bis ich zurückgekommen bin. Nichts Worte, ich werde es sich umschauen. Du hast nur sicher, dass du sicher zurückgekommen bist, okay? Ja. Jetzt nicht nur ja, mich. Geh zurück zurück, oder ich werde deinen Arsch. Okay, ich versuche es. By the way, hast du noch das Stück? Ich habe. Warte. Warum bumsen die jetzt nicht? Haben die? Hast du das nicht gesehen? Beweis mir das Gegenteil. Okay. Sorry. Hast du gerade die Wurst im Mund? Hier geht's. Toast und Wurst. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Guck mal, es ist immer noch. Bei der letzten Zwischensequenz auch schon fünf nach vier. Wo wir in die Stadt reinkommen. Du warst wirklich gut. Wie ich gesagt habe, du warst ein realer Pro. Wir reisen durch die Zeit. Oh, das Nadigato auf dem T-Shirt. Was? Aber zur Sache. Schnapp, mach das Krokodil. Krokodil, schnapp. Wieso reden wir hier in den Zwischensequenzen geredet? Wollen wir spielen noch ein Spiel? Einfach ist das. Das würde die Stimmung kaputt machen. Da würde man gar nicht mitbekommen, was die sagen. Genau. Hast du was getrunken? Ja. Aha. Du weißt, aber das Trinken ja Rammes. Nur wenn Schweine fett ist. Ja, und wir im Ramadan. Genau. Zum Glück war es beides nicht. Es sei halt ein bisschen... Wir wollen eigentlich nicht reden bei den Zwischensequenzen, aber es kommen halt so viele. Und so lang. Doch. Oh. Sollen wir ihm drohen, würde ich sagen, ja. Ja? Drohen. Komm, wir haben nicht Zeit für das. Woah, woah, hey! Ich kenne die Töne. Du wirst was machen? Warte. Hey, relax. Sorry, ich habe das. Was ist dein Name? Was ist dein Name? Was braucht ihr meinen Namen? Was ist dein Name? Alles klar, es ist Larry. Alles klar, Larry. Das ist, wie es wird sein. Ich und mein Freund hier. Wir gehen in da rein, wir sehen, deinen Boss Ray. Okay, once we do that, I'm gonna break every bone in his body until I get the information I need. Now think long and hard about what you're gonna say next. Was ist mit deinen Augen los? Hey, guys, you're welcome, then we have a problem. Wait. Are you serious? Do I look like I'm joking? Do I? Yes. Okay, then. I hate that guy. So, uh, you're welcome. Go ahead. See? We're all friends here. Yup. Thanks. Where can I find him? It's easy. Just ask him around. Alright, Larry. Thank you. Yeah. You're welcome. Der sagt einfach Danke dafür, dass sie meinen Boss die Knochen brechen wollen. Finde ich schon nicht schlecht. Alter, wir können es wieder umgucken, oder? Irgendwie nennt mich dieses Maracas an das Gazi-Symbol. Ich weiß nicht, warum. War keine Ahnung. Die Schafskäse-Marke. Oh. Ich geh da rein. Tschüss. Hast du mal das Video gesehen, wo jemand in dem... Gut, dass wir auch noch so reden. Könntest du mal die Schnauze halten? Hast du mal das Video gesehen, wo die in einem Dixi-Clo, die haben den mit dem Kran hochgenommen. Und dann das Dixi-Clo so rumschleidern das. Glaub, du meinst Britney Spears by Jackass. Keine Ahnung. Gut möglich. Alter, wie groß ist die Baustelle? Das ist die in GTA. Ja. Lauter Leute. Hier haben wir einen. Du bist schon über die Brücke, ne? Ja. Ja. Nein. Nein. Schreie doch nicht. So, ich geh schon mal zum nächsten. Na, jeder will den Ficken. Was ist los? Wo ist das Gebäude, was wir hier bauen? Guck mal, ob der auch will, dass wir den auf die Fresse hauen. Oh, da. Ich hör dich nicht. Ich hab Muckern. Ich hab Kopfhörer auf. Alter, das kriegt man doch in den Sicherheitsgesprächen mit. Okay, gut. Aber ich glaube, es ist zu früh. Hey, so stinkt. Over. Das hab ich vorhin geschnitten. Und ich hab's rausgeschnitten. Was? Ja. Okay. Ähm. Hier geht's. Töne ihn jetzt. Wir sehen, was du kannst. Hallo? Anybody? Over? Oh, du musst zu mir kommen. Dann machen wir abdrücken. Oh shit. Mein Arme ist zum Glück wieder heile nach dieser Sache mit dem E. Wir müssen, wenn wir E drücken müssen, warte. Ah, ich muss hier. Warte, 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 warte doch. Ich muss mein Mikro von mir recht weg machen. Okay, bist du bereit? Ja. Drei, zwei, eins. Los. Los. Take him down, take him down. Yes. Yes. Ha, das ist ja. Come on, come on, come on. Yeah. Hey. Ich hab immer extra schlechter für dich. Ja. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Oh. Kommst du ins andere Klo? Wieder gibt's wieder eine Interaktion. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Bei Family Guy haben die Wettfurzen gemacht. Kommt zu mir. Wir testen es. Wo bist du? Wo bist du? Warte. Drei, zwei, eins. Jetzt. Oh. Ähm. Okay, ist wohl nichts. Schade. Wettfurzen hätte ich jetzt gefeiert. Gut, dass wir auch unsere Hände einfach abklopfen. Heißt, dass wir noch die Scheiße so krüstchenweise an den Händen haben. Bach. Kennst du das, wenn die so, die Lendenpapier nützt sind, dann ist das zu dünn? Nee, kenn ich nicht. Ey, der sieht genauso aus wie der, dem seinen Rücken wehtut. Alles wahr. Okay. Ich kann ja mal den Fahrstuhl, ne? Fahrstühle, hm. Oh mein Gott. Ja, das kannst du noch ein bisschen oben halten. Na, was ist mit dir, Mario? Pass auf. Oh mein Gott, schau dir! Was ist denn los? Was hast du gesagt? Oh, Scheiße. Ich muss mir träumen. Was? Ich komme. Ich bin. Okay, bitte. Vielen Dank.